Musik Ich habe meine Frau um 11.30 Uhr geheiratet. Ich liebe meine Frau über alles. Es ist wunderschön. Also was Wunderschönes gibt es nicht mehr. Es ist meine Frau. Ich bin seit 13 Jahren mit ihr zusammen. 2002. Jetzt 2015. Jetzt 2015. Der hat mich unterstützt bei allem. Bei allem was ich gehabt habe. Ich habe Probleme. Ich habe gute Tage gehabt. Ich habe Scheißt Tage gehabt. Er hat mich immer unterstützt. Das war meine Frau. Einen Applaus für dich. Und ich... Er hat mich bei allem schlecht unterstützt. Deswegen, ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Tochter. Und ich liebe mich über alles. Ich habe zwar was getrunken, aber ich bin jetzt nicht... Ich schlafe nicht auf der Straße oder sowas. Nein, ich habe was getrunken, aber ich schlafe nicht auf der Straße oder sowas. Wie bei meiner... Ich habe meine Ehegelübde mit ihr geschlossen heute. Und ich hoffe... Ich hoffe... Ja... Ich hoffe, dass unser Ding, unser Ehegelöbnis, wie immer hält. Und ich bin jetzt in diesem Sinne... In diesem Sinne würde ich mich gerne bei euch alle bedanken. Ihr seid meine Freunde, meine Brüder, meine Schwester, meine Schwieger... Schwieger... Schwieger, wie heißt der? Schwiegerin! 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 Ich helfe dich! Ich liebe dich auch! Ich liebe dich, Baby! Du bist mein Freund! Du bist mein Bruder! Ich liebe mein Freund! Ich liebe meine Frau! Ich liebe meine Frau! Ich liebe meine Frau! Ich liebe meine Frau! Du hast ein Jahr! Ich hoffe, du hörst zu mir! Egal was passiert! Egal was passiert! Küss sie! Küss sie! Küss sie! Küss sie! Nicht die Zunge! Eine Runde Kaffee! Eine Runde Kaffee! Eine Runde Kaffee! Eine Runde Kaffee! Entschuldigung, ich bin noch unten im Wurst. Mein Name ist Marcel Gerastau, bin 31 Jahre alt, komme aus Rheinland ursprünglich. Das ist meine Frau, Christine Gerastau. Wann habt ihr geheiratet? Heute, 13.06.2015. Wie viele Kinder habt ihr schon? Eins, der zweite ist unterwegs. Super. Was? Unterwegs. Ah, ok. Schön, passt. Jetzt ist sie dran. Und es hat euch gefallen, im Foodies zu feiern? Ja. War super, wunderbar. Wir sind zufrieden. Unsere ganzen Freunde. Hallo. Kannst du aufnehmen? Hier ist noch Luca und Eva. Mein Neffe. Luca, noch winke, winke. Das ist das Winke? Nein. Das ist meiner. Wir waren überglücklich, dass unsere Freunde hier mit uns feiern dürfen. Wir lieben uns und ich wünsche uns für das Weitere alles, alles Gute und ich hoffe, dass unser Leben in aller Zufriedenheit weitergeht und alles okay ist. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich hoffe, dass du mein Video mit meinen Freunden und meinen Verwandten und meinen Leuten einmal darum wieder... Ich wünsche dir, dass du uns das gibst und dass meine ganzen Gefühle in deine Kamera ist. Ist es auch. Ist auch. Ja. Empfehle mich einfach weiter. Sowieso. Wenn du mir das gibst. Jawohl. Es ist ja gut. Es war spontan von mir. Meine ganze Liebe ausgedrückt. Ich wünsche. Ganz toll. Danke. Tschüss. Hallo. Tschüss. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Das ist ja gut. Grüß dich. Ich bin mir. Grüß dich mit mir. Das ist ja gut. 1, 2, 3, 4, come on y'all, get on the floor Peace and equality, let's stay together, let's live in harmony